Würdet ihr nur meinen Cock sehen, dann wäre der auch viel, viel, viel länger. Also der ist halt schon lang, aber noch länger. Das ist Physiologie. Das trickst eure Augen aus. Jungs, und bei Augen, ihr wisst, ich bin der Experte, was Augen angeht. Und das ist kein Joke, ich bin wirklich Experte. Fragt mich, egal was über Augen, ich weiß direkt.